Sehr witzig, Fred. Lass dir mal was Neues anfallen. Schon besser. Kannst du das auch in Silber, in Originalgröße? Toll, Fred. Ich bin wirklich beeindruckt. Okay, zeig mir doch mal das Cockpit. Größe. Was war das für ein Lärm? Lärm? Da vorne musst du rechts abbiegen. Schatz, ich verlasse mich lieber aufs Navigationssystem. In 100 Metern links abbiegen. Siehst du? Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020